Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Regio-Chats. Ich bin heute mit einem der Lenker dieser Region verbunden, auf den es in diesen Zeiten besonders ankommt, nämlich den sehr aktiven und agilen Landrat des Landkreises Neuwied mit Achim Hallerbach. Schönen guten Tag Herr Hallerbach. Hallo Herr Schmelenkamp. Grüß Sie Hallerbach. Ich habe es gerade gesagt, harte Zeiten, das kennen wir nun mittlerweile fast jeden Tag. Hier haben wir Menschen im Dialog, die sich durch diese Pandemiezeiten kämpfen. Und der Landrat, das muss man ja wirklich sagen, ist ja gerade in diesen Zeiten besonders gefragt, weil es sehr viele übergreifende, über die Kommunen hinausgehende Entscheidungen zu fällen gilt. Nun sind Sie mit dem Landkreis Neuwied zum Teil und in den meisten Wochen sehr, sehr stark betroffen gewesen in den letzten Monaten. Mit am stärksten sogar, muss man sagen. Wie ist denn jetzt, nachdem die Impfungen auch bei Ihnen begonnen haben, Ihr aktuelles Fazit? Derzeit Jahresbeginn Corona-Landkreis Neuwied. Ja gut, die Infektionslage ist ja weiterhin auch sehr angespannt. Wir hatten natürlich auch diese Entwicklung zu verkraften, dass wir einige Hotspots hatten. Und die haben uns sehr herausgefordert. Dann kam natürlich hinzu, dass wir größere Infektionslagen in Pflegeeinrichtungen hatten und auch weiterhin noch haben. Und das sind ja gerade die vulnerablen Gruppen, die uns auch ganz besonders herausfordern. Einmal von der Gesamtlage über das Gesundheitsamt, auch was die Kontaktverfolgung angeht. Aber mittlerweile ist es halt so, wir haben ein sogenanntes ubiquitäres Verhalten. Das heißt, sehr diffus, weit gestreut. Und das ist dann schon in der Gesamtlage sehr herausfordernd, wo man einfach immer wieder appellieren muss, sich an die Kontaktreduzierung, Kontaktbeschränkungen zu halten, Hygienemaßnahmen auch zu beachten. Und letztendlich hat es jeder Bürger selbst in der Hand, wie wir das Infektionsgeschehen steuern. Und insofern sind wir natürlich jetzt auch froh, dass wir mit dem heutigen Start im Impfzentrum des Landkreises Neuwied einen weiteren Schritt, ich sage immer, raus aus der Corona-Pandemie gehen können. Deshalb bin ich da auch guter Ding und frohen Mutes, dass wir jetzt Schritt für Schritt wieder in die Normalität zurückkommen im Laufe des Jahres. Aber dazu ist natürlich eins ganz klar, dass jeder Bürger und Bürger sich jetzt auch an dieser Beschränkung weiterhin hält. Denn selbst der Nadelstich heute, der gibt ja noch nicht den Vollendschutz. Denn die zweite Impfung steht noch an und die Impfung muss sich ja auch entsprechend entfalten. Die Herdenimmunität, die braucht noch etliche Wochen und Monate. Aber es ist ein wichtiger Schritt für uns alle. Jetzt geht das ja derzeit durch die Medien, was die Bundesregierung, das Gesundheitsministerium, der Gesundheitsminister, dort alles wieder falsch oder eben in einigen Bereichen natürlich auch richtig gemacht hat. Wie kommt das denn bei Ihnen in Neuwied an in Sachen Impfstoffversorgung? Ist das Ganze wirklich so, sage ich mal, dilettantisch organisiert, wie das viele Medien derzeit berichten, vor allem die Boulevardmedien? Oder sagen Sie lieber ein bisschen runterkochen? Das Ganze ist auch schwierig. Und eigentlich sind wir da jetzt auf einem ganz guten Weg mit dem Start der Impfungen. Die Corona-Pandemie hat uns ja alle überrascht und es hat ja keine Blaupause gegeben. Wie geht man damit um? Und wir alle fliegen auf Sicht. Und insofern muss man ganz klar sagen, wir lernen ja jeden Tag dazu, ob es der Aufbau der Strukturen ist, ob es die Abläufe sind, ob es das Einbinden der Hilfsorganisationen und der Ärzteschaftern und der Krankenhäuser auch ist. Und wir haben das jetzt neun Monate schon hinter uns. Und dass es am Anfang auch irgendwo mal hakelt, dass es Engpässe gibt in der Personalstruktur, in der Versorgung auch von Impfstoffen, ist ja irgendwo ganz normal. Mit Blick auf den Kreis Neuwied muss ich sagen, auch hier, wir haben unsere Impfdosen bekommen. Wir sind auch im Kontakt mit den Nachbarkreisen. Auch da sind in den letzten Tagen mal Engpässe entstanden. Wenn die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen gestartet sind, da hilft man sich auch aus. Und das haben wir auch gemacht. Man kriegt dann auch die Impfdosen wieder zurück. Und insofern kann ich zumindest mal für uns sagen und auch da Entwarnung geben, wir liegen wirklich im Soll. Das, was wir jetzt an Terminen diese und nächste Woche haben, da haben wir auch die entsprechenden Impfdosen im Zulauf. Und da sind auch die Zusagen alle sehr verlässlich. Und ich glaube, das pendelt sich jetzt alles ein. Und man sollte da die Emotionen auch mal ein bisschen runterkochen. Denn wir sind alle Menschen und wir sitzen da im gemeinsamen Boot. Losgelöst von parteipolitischem Kalkül, was sicherlich da auch mit reinspielt. Und wir müssen sehen, dass das Boot gemeinsam nach vorne rudert. Das hört sich gut an. Optimistische Töne zumindest für den Landkreis Neuwied. Jetzt haben Sie natürlich auch ansonsten Positives eigentlich zu vermelden. Die rheinland-pfälzischen Kommunen sind ja, das ist kein Geheimnis im bundesweiten Vergleich, auch wirklich hoch verschuldet. Das ist natürlich ein Problem. Viele geben der Landesregierung daran eine Mitschuld. Der Landkreis Neuwied, der erwartet aber für dieses Jahr, und das finde ich ganz erstaunlich, trotz Corona einen schuldenfreien Haushalt. Ist das nun nur in Anführungszeichen gutes Wirtschaften oder ist das vor allem auch den strikten Sparmaßnahmen zu verdanken, die Sie die letzten Monate und Jahre umgesetzt haben? Ja, also der Haushalt 2020 ist geprägt von einem Einmaleffekt durch eine Sonderzahlung, die ein Bund geleistet hat. Denn der Bund hat ja ganz klar erklärt, durch die Corona-Pandemie, durch die drohenden Gewerbesteuereinnahmeausfälle wird sie die kommunale Familie nicht hängen lassen. Insofern hat es hier einen erheblichen finanziellen Ausgleich gegeben, dank des Bundes, was uns für 2020 in die Lage versetzt hat, dass wir einen sehr positiven Haushalt bekamen. Für 2021 lässt sich hier auch nur mit einer Prognose arbeiten und wir natürlich in der gewohnten Art und Manier mit einer schwarzen Null abschließen werden. Denn wir müssen immer schauen, wir müssen auch weiterhin kommunalen Entschuldungsfonds bedienen. Wir haben andere Verpflichtungen, die dann letztendlich mit dazu beitragen, dass also das Bilanztechnische dann auch hier etwas anders aussieht. Aber letztendlich haben wir weiterhin das strukturelle Defizit. Das strukturelle Defizit, was die Kommunen, die Kreise, die Städte in Rheinland-Pfalz weiterhin belasten. Denn wir haben Pflichtaufgaben, die uns übertragen worden sind in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Und die sind halt nicht auskömmlich finanziert von den abgebenden Stellen. Und das drückt letztendlich auch die Haushaltssituation und nimmt letztendlich auch die Kraft für die Gemeinden. Denn die Gemeinden versuchen ja auch, ihren kommunalen Gestaltungsspielraum zu erhalten. Genauso wie den Kreistag. Der Kreistag kämpft ja auch jedes Jahr mit dem Haushalt, mit dem Landrat und kommunale Selbstgestaltungskraft. Sicherlich würde man da sehr viel mehr ansetzen. Aber wenn man nur ein Prozent des Haushalts als freie Mittel hat, dann kann man sich natürlich an fünf Finger abzählen, dass da wenig übrig bleibt. Dass also wirklich hier der Haushalt nur seinen Pflichtaufgaben nachkommt. Und das ist auch etwas, was die kommunale Familie sehr ärgert. Und so gibt es halt jetzt auch durch das neue Urteil des Verfassungsgerichtshofs Koblenz, was ja sozusagen die Fortsetzung des Neuwiederurteils auch ist, wieder ein Hoffnungsschimmer, dass sich die kommunale Finanzstruktur in Zukunft verändern könnte und auch muss. Und dass also hier auch wieder das Thema auskömmliche Finanzierung der kommunalen Struktur, der Pflichtaufgaben dann erfolgen kann. Das ist aber noch ein langer Weg, das ist ganz klar. Und man muss ganz klar sagen, der Kreis spart auch weiterhin. Das merken also auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Haus, dass wir an jeder Ecke und Kante versuchen, auch jeden Cent zusammenzuhalten. Aber dieses Haushaltsergebnis ist letztendlich mehrschichtig, wo verschiedene Faktoren zusammenkommen. Und da kann man ganz klar sagen, keine Entlastung im Sicht, sondern weiterhin ein Aufbau des strukturellen Defizits. Jetzt hat die Corona-Pandemie Hallerbach auch in vielerlei Hinsichten für große Umwälzungen gesorgt. Manche Bereiche profitieren davon. Ich nenne jetzt mal die Digitalisierung. Das ist ja ein Dauerthema. Da hat auch jeder von uns eigene Geschichten beizutragen. Da könnten wir jetzt viele Baustellen aufmachen. Aber bleiben wir dabei, dass der Landkreis erst im November Fördermittel für ein eigenes Digitalprojekt erhalten hat. Das hätte wahrscheinlich ohne Corona vielleicht noch viel länger gedauert. Wie sind denn Ihre Erfahrungen in der Corona-Krise beziehungsweise haben die da auch einen größeren Anteil gehabt darin, dass es jetzt in Sachen Digitalisierung im Landkreis Neuwied offenbar vorangeht? Ja, Corona hat natürlich das Thema Digitalisierung massiven Vorschub nach vorne gegeben. Allein schon den schulischen Bereich. Da haben wir ja ordentliches Tempo jetzt auch mit zulegen können. Wir sind jetzt gerade dabei, dass alle Schulen angeschlossen werden mit Glasfaser. Das braucht seine Zeit. Wir haben das aufgeteilt. Einmal das Stadtgebiet und dann auch in der Fläche. Da liegen wir nicht nur gut im Zeitplan, sondern wir werden sogar noch früher fertig. Das ist aber nur der erste Schritt. Dann ist die Glasfaser sozusagen im Schulgebäude drin. Und dann kommt der zweite Schritt. Es muss ja im Schulgebäude auch verkabelt werden. Und auch das haben wir jetzt vorziehen können, auch mit einem rasanten Tempo. Wir haben dann eine gute Firma gewinnen können im Rahmen der Ausschreibung, sodass wir bis zu den Sommerferien dann auch die Verkabelungen in den kreiseigenen Schulen, das sind ja 25 an der Zahl, dann auch haben. Hört sich jetzt lange an, aber ist trotzdem ein rasantes Tempo. Und jetzt parallel sind wir natürlich dabei, auch mit den Schulen zu eruieren, welche Endgeräte wir brauchen. Das Thema Smartboard, das Thema Beamer, das Thema Laptop und Tablets, das wird jetzt auch zusammengetragen. Die erste Charge ist ja da, was ja auch über den Bund komplett finanziert wurde. Da sind wir auch sehr dankbar drum. Und so müssen wir jetzt Schritt für Schritt uns entwickeln. Letztendlich hat Corona uns dabei überholt. Man hätte es vielleicht einfach schon früher haben müssen, ganz klar, Thema Homeschooling im schulischen Bereich. Das zeigt sich ja ganz klar. Aber auf der anderen Seite hat uns Corona da jetzt auch vom Tempo erheblich natürlich auch nach vorne getrieben. Sagt Achim Hallerbach, und es klingt Optimismus durch, das nehme ich sehr wohl wahr, der Landrat des Landkreises Neuwied. Vielen Dank für diese Informationen. Und auf bald, Hallerbach. Alles Gute. Dankeschön. Gute Zeit. Bleibt gesund. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Regelchat für heute. Gute Zeit. Gute Zeit. Gute Zeit. Gute Zeit. Gute Zeit.